Hier haben so viele gespawnt, die Hälzer hat mich gerettet! Nein! Oh, ich hab ihn! Das geht gar nicht! TryHard Plus Was geht YouTube? Und herzlich willkommen zu dem besonderen Video hier auf Scorpion Plays, Leute, denn wie ihr vielleicht mitbekommen habt, heute startet der COD-Monat, also lasst ihr jetzt schon mal ein Like da. Ab heute kommt jeden Tag mit Anton zusammen ein COD-Video, deswegen ist auch ganz oben in der Beschreibung Antons Kanal verlinkt, dort haben wir heute auch ein Video hochgeladen. Tag 1 ist heute 3 Uncut-Runden Black Ops 2. Wir haben jetzt jeden Tag was anderes aufgeschrieben, wir haben eine mega lange Liste uns aufgeschrieben, auf die wir Bock haben. Das ist richtig, richtig cool, Leute. Ich bin mega gehypt, schaut mal in die Kommentare. Hashtag Hype, wenn ihr es auch seid, Leute. Diesen Monat ist mein Mammut-Projekt. Ich lade diesen Monat 60 Videos alleine hoch und Anton auch nochmal 30. Das wird komplett crazy. Ich 30 auf Marcel Scorpion, 30 auf Scorpion Plays. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Let's go! So, Leute, da beginnt auch schon die erste Runde. Easy XP, Meltdown, Herrschaft. Anton ist auch am Start. Vamos, Chiquitos. Let's go! Vielleicht ist einer von uns gerade noch ein bisschen lauter oder leiser, das werde ich dann für die nächste Runde umstellen. Ich musste jetzt bei dieser Lobby, die sah so schmackhaft aus, da konnte ich nicht lange überlegen. Und da werde ich direkt mal von Pelé von hinten geholt, der so ein Arsch im Leben hat, dass sich wahrscheinlich das ganze Video gesperrt wird. Ich hatte auf Antons Channel gerade eine Abschlusskette und ein ein Nuklear in meiner zweiten Runde. Wir laden ja immer unterschiedliche Videos nach oben vorbei. Das habe ich auch in der Begrüßung wahrscheinlich schon erklärt. Genau. Ich bin da auf dem Weg zum Oh! Sehr gut, mach mal. Reset. Was denn, weiß man, wie ich früher immer Meltdown ausgesprochen habe? Meltdown. Meltdown, ja normal. Nein, 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 nein. Ich habe nur nicht mal einen Kill. Er ist oben. Ja, ich kill mich selber lieber. Digga, das ist so lustig. Eben im Video Gott, jetzt spiele ich wie ein Hurensohn. Ich habe Orbi, ich habe Orbi. Sag, wenn ich raus haben, sage, wenn ich vom Gegner best. Ich chonk kassiere? Okay, nee. Aber bei mir warst du auch gerade so, Digga. Ich habe bei mir Ents gechockt, jetzt mache ich direkt Orbi. Ents gechockt, sagst du bei 61 zu 3? Ja, aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Ist schon Ents gechockt, aber Nuklear. Digga, was ist los mit den Jungs hier? Können die sich vielleicht mal umdrehen? Aha, Arjen Robben habe ich schon mal. Oh, warte, das wird lecker. 3, 2, 1, Risiko. Wupp, war es nur einer. Okay, ich habe auch Orbi. Ich muss gleich auch mal wieder Z4 einpacken, Alter. Digga, der Quatsheet hat ja schon gut geschmeckt, den anzusehen, ne? Ja, das war so schön, Alter. Digga, vor allem das war so geil. Das hat mich reingeflattert in die Regel. Okay, ich habe jetzt auch Orbi parat. Sehr gut. Natürlich am Apparat. So. Da wird der Orbi auch schon rausgehauen. Das war es dann auch schon wieder completely. So, den Boy, den hole ich mir jetzt. Ich habe auch noch EMP-Auflager, Digga. Die spawnen alle außen B. Gnadenlos am Start. Genau hier wurde Sorgfake geholt und hat geschrien und geweint. Kennst du noch Sorgfakes live-Kontentary auf Meltdown? Zähle dich, Digga. Das beste Live-Kontentary auf ganz YouTube. Lächerlich. Das ist... Ja. Das haben wir auch verdient, Digga. Jetzt weiß ich, wie du dich öfters fehlst, Digga. Oh, na, na! Hey, Digga. Mann. Ich choke so hart bei dem Typen. Jetzt machst du den Nuke. Ist doch nice. Ich habe noch 14 Schuss, Digga. Soll ich mich opfern? Äh, ne, 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 passt. Ah, ich habe hier eine Scar. Orbi. Oh, die spawnen ja alle bei mir. Mein Gott, Digga hat er... Ins Gesicht! Nein! Nicht hier landen. Nein, die klauen mir auch die Kills, Digga. Ist so geschert, wie schnell man wie an diesen Modus kommt, ne? Diesen alles oder nichts Tryharder-Modus. Nein, wach! Ja, Mann. Hör auf! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn? Hilfe! Soll ich kommen? Du bist zu weit weg, Digga. Der Teammate hat ein bisschen in Gebäde, Digga. Digga, ich konnte nichts machen hier grad. Ja, Anton macht jetzt die Nuke. Er hat 24-0. Sehr gut. So. Das ist echt lustig, Alter. Machen wir beiden eine Nuke, die der andere nicht sieht. Die die Zuschauer nicht sehen. Ja, vielleicht, Digga. Boah, jetzt Tryhard so. Hast du ein Orbi? Ne, Digga. Eins vor Orben. Boah, der ist erst so schnell gestorben. Vielleicht liegt es in der 500k-Leitung. Man weiß es nicht. Du weißt, was früher war 100k krass? Jetzt muss man schon eine 500k haben. Nein. Komm, Antonio, nicht choken jetzt. Nein. Ist doch ein bisschen belastend. Nein, Digga. Nein, Digga, Anton. Nein, er hat 29. Ey, der war so weak, Digga. Ich hab sieben Schüsse für drei Gegner. Ich hol zwei. Digga. Mann. Belastend, Digga. War ein bisschen Glücksgefühl, hab ich auch, dass du es nicht geschafft hast. Nein, du Hurensohn. Ey, Mann. Leute, im Übrigen werde ich ab der nächsten Runde auch den Account wechseln, weil dieser neue Account, den ich eigentlich machen wollte, hat leider so einen Motto, dass ich die Empfindlichkeit ungefähr durch drei teilen kann, die angezeigt wird. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh, Anton, ich bin besser als früher, ich schwöre. Ja, natürlich bist du besser als zur aktiven W2-Zeit. Oh. Das ist ja nochmal verbessert in den letzten Jahren. Ich schwöre, man müsste jetzt auch so mit 24, das ist wie beim Fußball, man hat ja auch am Ende seiner Karriere so seinen Leistungshoch eigentlich voll oft. Ja. Also, oh. Bei W ist einer noch. Oh. Alter, das macht ganz so Bock, Marcel, Digga. Sehr. Ich hab auch echt Actionreich für 6 gegen 6. Ja, ich hab vielleicht, vielleicht krieg ich gleich noch ein Ding ins. Ich hab, ich hab jetzt noch Drohne, Konter und kurz vor Orbi. Ich hab auch noch Orbi und EMP auf Lager. Ah, okay, sehr gut. Alter, belastend, Mann. Ist auch so belastend, ich hab so ein Ska mit Griff und ohne Schaft aufgehoben. Ja, das braucht nicht, Digga. Das ist mega der Upfuck. Okay. Okay. Ich hau Orbi so in 15 Sekunden oder in 10 Sekunden raus. Ja. Ich lauf hier unten rum. Und let's go. Sauber. Ah, EMP, das klingt so lecker. Er ist oben im Haus. Er ist störend glitscht. Wieder V-Amazing. Er läuft hier oben bei mir rein. Ich hab ihn gleich. Außer du wirfst zu 4. Ah. Das ist bei mir gar so reingeflattert. Ah. Kennst du das, das kann ich gar nicht erklären, der Meltout an der Seite, wo Escalation von der Map gesprungen ist, ne? Ja. Da gibt's so, wenn du da einen up-aimst und so eklig an der Treppe unten stehst, dann kann er nichts machen und läuft dann so die Treppen hoch und du bist an der anderen Seite so. Das ist so ein bestes Gefühl. Ich weiß nicht, ob du weißt, wo ich meine. Ich kann dir das Ganze gleich mal zeigen. Bro, ich hab jetzt nicht ganz zugehört. Ich hab grad vier Leute vor mir. Ja, ich wurde absolut gefickt. Ich hau jetzt noch einen Orbi raus. Aber du machst ja trotzdem noch die Nuke. Hättest ja lange machen können. Absolut, Digga. Aber richtig heftig. Ich hab nicht mehr genug Kill zur einen. Oh, so wie Faro. Aber richtig heftig. Ja. Faro wieder gestiegen vor ein paar Tagen. Ja. Manche jetzt kommen regelmäßig Videos. Geil. Brutal. Alter, Marcel. Guck mal auf die Zeit, Digga. Ey, was, Mann? Ich seh ihn nicht. Sechs Gegner, Digga. Wir hätten so ein Triple-Potenzial. Ja, wenn ich nicht die ganze Zeit choken würde, dann. Egal, Leute. Heute gibt's ja mehr als eine Runde. Deswegen können wir ja gucken, was die nächsten Runden bringen. Wär ja schon langweilig, den ersten Nuklear zu machen. Oh, fast wieder gestorben. Mit PDW-Griff-Schalldämpfer. Er ist immer noch November 2012. Ja. Nein! Warte, ich komme. Hast du ihn? Ja, ja. Brauchst du meine Scar? Nein, 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 nein. Ich passe schon. Ich habe nur Just for Fun. PDW aufgehoben. Warte, ich... Ich habe noch AN. Ich spiele gerade die ganze AN mit Rode-Punkt. Ah, okay. Alle C. Oh, mein Gott, Digga. Ja, jetzt habe ich den Nuk, Digga. Sauber. Versuch mal auf ganz schick zu bleiben. An sich wäre das eigentlich schon lustig, wenn man in Call of Duty auch so Tänze machen könnte, oder? Digga. Das würde aber so hart abfacken, Digga. Digga, ich würde nur noch tanzen. Nee. Ich habe ANP noch. What the fuck? Wie konnte das? Alle hier im Gebäude, Marcel. Oh, Mann, Digga. Bei mir ist diese Runde so... Oh, ernst. Schau, Mann. Das regt so auf... Mann, Leute. Die Runde eben hätte ich gesehen müssen. Ja, Mann. Das ist echt krass. Aber, Leute. Einfach. Mein Video abchecken. Da seht ihr dann im Blut, Alter, wie Marcel abgegangen ist. Boah, habe ich den geraped. Der eine C4-Quad, Digga, der war so... Also, das war richtig so trocken, Alter. Eigentlich konnte man solche C4-Kills nur machen, als die Leute noch ohne Kugelwester damals gespielt haben. Bodenkrieg, das war mal geil. Ja, Mann. Auf die B-Flagge gerannt. C4 geworfen. Direkt Orbi klargemacht. Hattest du damals so ein Orbi, Marcel, so in vier Sekunden mit C4? Ja, doch, klar. Das war so geil, Alter. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich wechsle schnell den Account, check mal kurz den Sound ab und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. So, Leute. Die erste Runde war jetzt leider ohne Gamesound. Aber jetzt ist Anton auch genauso laut wie ich. Und jetzt haben wir Gamesound. Ich habe den Account gewechselt. Super. So, jetzt geht's los hier. Okay, Marcelo. Let's go. Ein Spanier ist ein Gegenteam. Das ist doch ein gutes Zeichen, Digga. Oh mein Gott, Digga. Oh, die kommen direkt alle, Digga. Pesto Gaming. Er ist natürlich auch YouTuber. Er ist safe Madrileine, Digga. Warte, ich habe ihn weg. Das sind in Spanien wahrscheinlich die meisten Leute, oder? Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so 60, 40. Okay, gut. Aber es gibt ja noch andere Vereine. Ja, klar. Aber jetzt... Ey, nein. Er steht da nicht wirklich erst im Chameleon, Mann. Ey. Ich bin am Tryharden. Nein! Oh, du Borsche. Nein, nein, nein. Ah, schön. Die beiden Tryhard-Score mit einem C4. Pesto und Furious. Nice. Ihr kleinen Ghost. Ey, Tankstecker spawnen hier rechts. Naja. Ich kann schon über die Wand klettern. Ich habe fast einen Tryhard-Kassieren können, Leute. Keinliche Drohne. Ich versuche, den zu sichern. Ja, Konterdrohne. Ich habe eine Konterdrohne, du Flechfratze. Digga, ich dachte so, das wäre die beste Lobby der Welt, aber... Warte, die sind beim Panzer. Boah, Digga. Fuck. Nein, Mann, dieser Pony Lexi, Digga. Boah, Pesto-Gaming, Digga. Wo? Ich laufe gerade über den Garten, über den Traktor. Digga, ich weiß nicht, Mann. Irgendwie... Ich tryhard, Marcel. Ich habe Drohne. Ja. Ich versuche, Orvi klarzumachen, komm. Ich brauche B irgendwie sichern. Ich brauche B irgendwie sichern. B irgendwie sichern. Ja, faszin. Digga, warte mal, irgendwas stimmt hier nicht. Hinter mir ist noch einer. Ich muss eben neifen. Lebt ihr noch? Ne. Ich muss mich so dran gewöhnen jetzt an die neue Sensi, Leute, weil jetzt habe ich wieder die normale 5er Sensi. Ja! Was ist los? Bist du gekommen, oder was? Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Sag dann. Das war so ein... Hast du Orvi? Ja, ja. Sauber, sauber. Sauber, sauber. Hau mal EMP rein. Hab ich. Geiles Gericht. Hup. Was? Stopp doch, Junge! Digga, so jetzt erstmal entspannt. Ganz entspannt. Einer läuft hoch, da ins Haus, wo man snipet. So, jetzt werde ich gesnipet, wenn ich rausgucke. Wir bleiben jetzt gar nichts geschult. Ich hole den Sniper. Warte, 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 warte. So, Peso Gaming. Ab ihn. Der eine hat gerade seine eigene Zunge verschluckt. Ich habe so gejoked gerade. Oh mein Gott. Ab ihn, Ab ihn. Hast du es gehört, wie er seine Zunge verschluckt hat? Ja, das ist so das Barca-Geräusch, wenn du durchdrehst. Ja! Der Typ, der wird mich snipen, wenn ich hier rüberkomme. Es ist so verlockend. Ich mache es trotzdem. Oh, ich habe ihn geholt, Digga. Oh Gott. Die spawnen hier alle. Das war es komplett. Oh, ich habe Orvi. Nice. Ich bin auch kurz vor. Der Typ weiß genau, dass ich komme. Er weiß es so genau. Es ist so schlimm. Ja, wenn ich das überlebe, Digga. Das kann ich nicht überleben. Ich meine es ernst, Digga. Oh mein Gott, Anton. Ich habe das überlebt. Das geht gar nicht. Vier Leute waren. Ja, da fliegt das C4 gleich geflogen. Es ist fliegt geflogen. Hast du ihn? Ja. Ich habe auch Orvi. Sauber, Digga. Saubi, Saubi, Saubi. Marcel, ich weiß nicht warum, aber ich bin kurz vor so einem Heftzinn-Nachanfall. Wow. Denen sind mehr Gegner als... Nein, Marcel, Digga. Hau ab, hier raus, du scheiß Russisch. Okay, Digga. Du Russenschnitte, Digga. Du gehst nur noch rum mit seiner Stinger, Digga. Was eingesehen hat, passiert von uns. Oh Gott, Digga, nein. Oh mein Gott. Pony, Lexi, Digga. Lexi ist auch in der Lobby. Digga, nein. Hier sind so viele gespawnt. Die Helzer hat mich gerettet. Nein. Oh, ich habe ihn. Das geht gar nicht. Nein. Wow. Nein. Oh ja, Digga. Warte, ich kann Nuklear schaffen. Ich, ich, ich rappe die dann auch vom anderen Stern. Huch. So, Digga, so. Ich habe auch wieder Orvis. Alle, alle Zigeuner da hinten. Ja, ich weiß. Yeah, yeah, yeah. Ich habe auch noch Orvi. Orvi, ich hau raus, ich hau raus. Nein. Pony, Lexi, Digga. Lusikett, alles ist in der Lobby. Pfff. Hahahaha. Habe ihn aber geholt. Von hier Wallbang. Orvi, EMP habe ich noch. Digga, ich wusste, ich kriege nichts. Er holt mich Pony, Lexi bei 0,5 Sekunden, Digga. Ey, bei 0,5 Sekunden. Ja, mein Gott. Da bin ich zu spät gekommen und dann wurde ich gefickt. Ey, der Typ bleibt auch wirklich drin, ne? Der gibt, der gönnt sich das jetzt. Soll ich Orvi raushauen oder du? Ich habe keinen mehr. Achso. Das war es noch schwer, der Komplek. Okay. Der Missgebot, Joyner, der Triad bestimmt nicht. Und dann mal wieder hier pre-aimt, der Frechfratz. Ah, er hackt, er hackt, deswegen hat er mich geholt. Ja, er hackt jetzt, Digga. Alter, Digga, er hat mich... Ja, ja, mich auch. Ey, Digga, er hackt aber vielleicht schon die ganze Zeit, Digga. Oh, mein Gott, das ist ganz Japan einer Reihe, Digga. Pony Lexi ist auch da oben. Ja, Digga, ich weiß nicht, was er... Der Missgebot hat so eine Kassier. Loil, er hat so One-Shot, Pony Lexi. Ey, Digga, jetzt ist die Lobby scheiße. Einer hackt vier Triad. Ich schau dir hier raus. Ja, hau was. Jawohl, er ist schön in die Luft. Alter, der Missgebot, Digga, was macht der? Boah. Ey, ich habe mir so knappe Szenen die ganze Zeit. Ernst, die komischen Wagen, Alter. Wow. Oh, Pony Lexi weiß alles! Das sind alle Tankstelle, Digga. Oh. Ah. Mikri ist oben, Braun. Okay. Wie du es rausgedrückt hast? Ich habe ihn geholt. Wie du es rausgedrückt hast. Er ist oben, Braun! Komm, komm, komm. Nice. Pony Lexi. Oh mein Gott, ich dachte, die sind... Ich habe dich gerecht, Digga. Ja, sehr gut. Digga. Pony, 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 Lexi, Digga. Nein, der Missgebot. Ich f*** dich, Digga. Ich weiß nicht warum, aber ich muss immer bei Lexi an Lucy Cat denken, Digga. Aber was warum, Alter? Vielleicht denkst du an Lexi Rocks? Ja, kann auch sein. Ich will zumindest mehr Sinn ergeben. Oh, ja. Ja. Einer ist A, genau. Nein, ich hätte es noch. Einer noch B. Ja, oh, wie er mich anschießt. Okay. Digga, der Typ labert die ganze Zeit. Die haben aber auch echt die ganze Zeit Konto drin, Digga. Ja. Aber ich bin richtig warm gespielt. Nice. Ey, Pony Lexi hackt. Ey, lass mal bitte rausgehen. Er hackt halt wirklich. Guckt euch das an, Leute. Der Typ hat fast den Nuklear kassiert, Mann. Mann, was hat der denn für einen Hack? Ja, der hat Wallhack, Digga. Guckt dir bitte mal an. Ja, wir haben mich pre-fired. Okay, okay. Okay. Hattest du nicht auch irgendeines Club oder so? Ja, ich hätte... Jetzt hat er Orbi. Jetzt kann ich es verstehen. Ja, Digga. Ja, komm, ich geh raus. Ich geh raus, Digga. Ich geh raus, Digga. Komm, komm, komm. Digga, in der letzten Sekunde sind noch zwei Tryhards reingekommen, die in unser Team gekommen sind. Guckt dir mal die Lobby an, Digga. Oh mein Gott, Anton. So eine Lobby hatte ich nicht mehr seit 2011, Digga. Oh mein Gott, die sind ja ein Gegnerteam, Mann. Sag ich doch. Ich dachte, bei uns ein Team. Nein, nein, ein Gegnerteam. Nein. Warte mal. Okay, komm. Aber, Digga, da muss ich auch bei mir die Aufnahme machen, nicht, dass ich jetzt schüppel jetzt. Ja, unsere Team sind jetzt dafür, weil die ein bisschen zu... Ich hätte schon B wie 2012, wie Energize. Ey, das Telefon hat, musst du davor echt eure Hingewalt schneiden. Nein. Das sind die Probleme. Ja, ja, mach. Ich würde kommen, let's go. Ey, er hat mich geholt. Mein Audacity startet nicht, das war es dann schon wiederkommen. Uuuh. Okay, Marcelo. Ich dropp dir mit einer Kugel, das ist so eine Lobby, Digga. Das ist so eine Lobby. Echt, oder? Das ist so eine Lobby, wo ich dir mit einer Kugel droppe. Hast du den Host? Boah, Digga. Du müsstest ja eigentlich Poolside spawnen oder bei A. Digga, was ist das? Ja, ich höre den Schuss über A. Kitchen, Kitchen. Ah, das war es komplett. Money Room. Der oberen Abschluss braucht. Wow. Boah, ich bäuere euch jetzt. Digga, Anton, das sind die größten Loops der Welt. Echt jetzt? Okay, krass. Warte, ich helfe dich hier. Hast du ihn, hast du ihn, hast du ihn? Er hat Taktik und Schick, ich werde ihn absolut meinten. Oh! Digga, Anton, Schimmer, 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 Schimmer. Ich wollte die Knife, und er gibt einen Side-On. Nein. Hab Orbi. Nice. Boah, Digga. Digga, der eine wirft die ganze Zeit Sam-Tags, wie du es immer sagst. Sagst du ja nicht Sam-Tags wie jeder andere, ich sage das Sam-Tags. Digga. Okay, Digga, komm. Okay. Och, boah, wie ist er zu machen. Eines Open Stairs. Wole ich? B. Lecker Spawn, lecker Spawn. Boah. Nein. Der der ist für dich. Noch einer Open Stairs? Digga, Anton, das ist so eine Läuwe, ich störe. Boah, Digga, das ist echt krank, Alter. Jetzt am Anfang haben die mich bisher in Komplikationen gebracht. Soll ich dir helfen, Marcel? Digga, ich brauchst du nicht. Ich kann eh mit einer Kugel töten. Okay, passt. Ich habe auch Reset. Sauber. Einer kommt hoch, einer kommt bei mir Basketball, einer kommt zu dir. Ja, dann. Ich hau, wie ist er raus? Ja, 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 ja. Oh mein Gott, das war der Troy, ich habe ihn so gebumst. Gott sei Dank. Ich habe EMP, soll ich raus machen oder nicht? Denkst du? Soll ich raus machen, was ist der EMP? Nein, brauchst du, glaube ich nicht. Ja, doch, doch. Team hat er rausgehauen. Oh, ich habe verhamt. Einer ist Jungle? Jungle. Ich habe den. Kennst du das, wenn man vorher weiß, dass man verhamt wird? Das habe ich gerade gehabt, so. Ich wusste, dass wir das nicht 100%. Ja, ja, ja. Aber das darf man eigentlich nicht haben, das Gefühl. Ich habe 18-1, Digga. Ich rape so heftig. Das beste Gefühl ist, wenn du vorher weißt, dass du vielleicht den 100er-Friedsig bist. Nein, bitte nicht. Nein, du Rundson. Ey, das gibt es nicht, Digga. Mann. Ich muss einfach weniger mit C4 spielen. Mann. Hast du Scampi-Aim gehabt mit MSNC, oder was? Ja, durch den Rauch durch. Oh Gott, war so. Alter, wie viele kommen da bitte? Alter, was geht denn ab heute mit dem Lockdown? Ey, ich weiß es nicht, Digga. Das ist die heftigste Laufe der Welt. Nein. Nein. Ich habe beide drei Schüsse gegeben, Digga. Das ist doch nicht. Ich habe beide drei zu realen Kiwi, ich schwöre. Oh Mann. NSB. Alter, absolut gechoked auch, Digga. Ich habe auch schon 18 oder so. Einer ist bei mir gespawnt. Du bist hier geiler. Ob ist der erst, Digga? Oh Gott, ich muss hier weg. Wie ist die Spawn so krank bei mir gerade? Ne, sei. Meins. Einer ist noch. Nummer eins. Ha. Oh. Einer ist noch beschädigt. Oh. Echt gewisches Leben. Einer nähert sich. Orbital-Satellit erwartet Befehle. Meins? Meins, 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 meins. Hm. Du warst auch mir. Komm. Lebt er noch? Nee. Du hast zu einem anderen gemeint, dass ich soll ich Orbi noch raushauen? Ja klar. Ah, nix. Ah, egal. Safe call. Ja, ich habe auch noch. Ja, ich glaube, ich bin jetzt eh sauberer als meine Wohnung. und meine Putz-Haut da war. Ja, jetzt sind die Noobs raus, oder? Ja. Komplett. Also jetzt. Wer jetzt stirbt, Digga. Ich weiß nicht. Ich muss eigentlich irgendwas machen, Digga. Hm, nice. Was sieht so schön aus, Digga, wie du das gaffst, Alter. Ich liebe das, ne? Wir spielen jetzt mit diesen Tryhard-Teammates. Oh, nein. Die auch wirklich alles geben. Und guck mal auf Scoreboard, wer immer noch am meisten Kills macht. Auch wenn die wahrscheinlich nichts anderes gemacht haben, seit das Spiel draußen ist. Ja, Digga. Die haben wahrscheinlich immer noch kein anderes COD angefasst. Ja, belastet, Digga. Das ist kein Gegner, Mann. Schade. Hat trotzdem die Bock gemacht. Ach, ja. So, sollen wir einfach in der Lobby bleiben jetzt? Können wir mal gucken. Und auch, dass es nicht vorbei, Digga. Weil wir haben durch die Halbzeit ein bisschen Zeitbonus bekommen. Aber... Es sieht nicht so aus, ob hier noch jemand rein scheint. Ne, ist das schon ein Sieg schon? Ne, ne, das ist aber... Ach so. Okay, Leute. Wenn euch das Video gut gefallen hat, dann würde ich mich drüber freuen. Check auf jeden Fall Antons Kanal ganz oben in der Beschreibung ab. Und ich bin Ross für heute. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.